Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vor hast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ah, danke für die Hilfe. Wie du willst. War nett, dich gekannt zu haben. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Hey Mann, neu hier? Dich hab ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komm ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Hm. Ich bin nicht sicher, was mich da erwartet. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen. Folge mir. Die Hände Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Gehe durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast.